Guten Morgen. In den letzten Tagen ist es richtig kalt geworden. Das ist jetzt nicht unüblich für diese Jahreszeit. Viele Spieler steigen da um auf Handschuhe. Lange Hosen habe ich auch schon mal gesehen. Wie stehen Sie da persönlich zu? Kann das jeder Spieler in den nächsten Wochen entscheiden? Oder sagen Sie zu St. Pauli, zu diesem leidenschaftlichen Verein, da passen eigentlich keine Handschuhe? Ich trage ja auch immer eine Mütze und einen Schal und eine lange Hose drunter. Ich habe trotzdem genug Leidenschaft in mir, denke ich. Von daher kann jeder Spieler so handeln, wie er will. Solange die Leistung stimmt, dann ist das in Ordnung. Vielen Dank.